Freitags. Ich will mich vorstellen. Vielleicht kennen mich auch einige von Ihnen. Don Matteo. Don Matteo. Sie sind also der neue Pfarrer. Es ist schön, Sie kennenzulernen. Gleichfalls. Polizei ist Polizei. Niemand übertrifft die Polizei. Aber Don Matteo ist... Was? Fantastisch. Ich muss gestehen, dass Sie mich verblüffen, Vater. Ich dachte, dass Priester wie Sie nur in den... Märchen für gute Christen existieren. Wenn das ein Kompliment ist, dann nehme ich das gerne an. Superstar Terence Hill ist Don Matteo. Immer freitags um 20.15 Uhr auf Bibel TV.